Die Monster-Trucks geben heute echt Gas, Gas, Gas! Ja! Hey, ich bin Blaze und das ist mein Fahrer AJ. Guckt mal, wir fahren gerade ein großes Rennen. Na los AJ, zeigen wir Ihnen, was wir können. Juhu! Coole Manöver, Blaze. Ja, wir schlagen uns echt toll. Aber nicht so toll wie ich. Igitt! Oh oh, jetzt ist Crusher weit vor uns. Keine Sorge, den holen wir locker wieder ein. Los AJ, drück auf die Tube. Ja! Juhu! Weiter so Leute, weiter! Los, los, los! Ja! Vom ständigen Jubeln werde ich langsam ganz hungrig. Ich brauche eine kleine Stärkung. Oho! Hot Dogs! Oh Mann, diese Hot Dogs sehen aber heiß aus. So richtig, richtig heiß. Und jetzt brennen sie sogar. Oh nein! Der ganze Hot Dogs-Stand geht in Flammen auf. Ich muss sofort Hilfe holen. Und ich weiß auch schon, wen ich rufe. Blaze, AJ, bitte kommen. Das ist picky. Hört mal Jungs, ihr müsst ganz schnell herkommen. Hier gibt es einen hechten Notfall. Rostfleck, es brennt. Und zwar direkt an der Ziellinie. Wir müssen uns beeilen und das Feuer löschen. Schnell! Ja, aber dafür müssen wir mich erst in einen Feuerwehrtruck verwandeln. Zuerst brauchen wir eine ausfahrbare Leiter, die hoch und runter fahren kann. Um sie zu bauen, ruft ausfahrbare Leiter. Ausfahrbare Leiter! Klasse! Jetzt brauchen wir noch ein Blaulicht. Das besteht aus blinkenden Lichtern und einer lauten Sirene, damit alle wissen, dass wir kommen. Um das Blaulicht zu bauen, sagt Blaulicht. Blaulicht! Und jetzt fehlt noch das Allerwichtigste. Ein Schlauch aus dem Wasser spritzt, um das Feuer zu löschen. Um den Wasserschlauch zu bauen, sagt Wasserschlauch. Wasserschlauch! Haha, ja! Jetzt bin ich eine richtige Feuerwehr! Monster-Maschine! Ja, cool! Du bist jetzt ein echter Feuerwehrtruck, Blaze! Kommt mit! Wir müssen schlaunigst das Feuer löschen! Wuuu! 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 Wart mal, Jungs! Das klingt doch nach einem Feuerwehrtruck, oder? Das ist Blaze! Wow! Irgendwo muss es einen Notfall geben! Los, Blaze! Ja! 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 Was ist das Blaze? Feuerwehreinsatz aus dem Weg! Ah! Blaze hat gewonnen! Und er ist ein Feuerwehrtruck? Da drüben brennt es! Schnell! Dreh das Wasser auf! Wasser, Marsch! Bellen! Das ist schon ein Feuerwehrtruck! Es ist schon ein Feuerwehrtruck! Das wird super! Ja, Blaze hat das Feuer gelöscht und das Rennen gewonnen. Er hat mich besiegt. Oh, wow, das war ja unglaublich. Du bist ein richtiger Held, Blaze. Oh, danke, Picky. Du warst auch toll. Du hast wirklich genau das Richtige getan. Wenn man sieht, dass es brennt, dann ruft man Hilfe. Ach, na ja, weißt du, ich hab nur meine Pflicht erfüllt. Sieh mal, da ist Spiederich. Er fährt auf diesen Berg dort zu. Das ist kein Berg, das ist ein Vulkan. Vulkan! Wir müssen uns den Schlüssel zurückholen, bevor er oben ankommt. AJ, drück auf die Tube. Juhu! Hallo, Spiederich. Hier schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen jetzt den Schlüssel, Spiederich. Ach ja? Tja, den kriegt ihr aber nicht, weil ich viel zu schnell für euch bin. Habt ihr das schon vergessen? Du bist mir einmal entwischt, aber diesmal entkommst du mir nicht. Denn jetzt bin ich auch aerodynamisch. Oh! 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 Es ist vorbei, Späderich. Übergib uns jetzt den Schlüssel. Du bist vielleicht schneller als ich, Blaze. Aber den Schlüssel wirst du nie und nimmer kriegen. Er hat den Schlüssel weggeworfen. Er fliegt direkt auf die Lava zu. Wir haben nur eine Chance, ihn rechtzeitig zu fangen. Wir brauchen Turbo-Speed. Damit ich Turbo schnell werde, ruft... ...Gib Speed! Gib Speed! Ich hab ihn! Jetzt müssen wir den Schlüssel nur noch zu unseren Freunden bringen. Ja! Huuu! Swoops! Hey, ihr zwei Helden. Ich dachte, ich kann euch vielleicht mitnehmen. Swoops, du kommst gerade rechtzeitig. Swoops! 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 Nächster Halt! Tempo hausen! Waaah! 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 Blaze und AJ sind wieder da. Und wir haben den Schlüssel mitgebracht. Waaah! Ja! Los! Ein Hoch auf Blaze! 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 Wie furchtbar! Jetzt können alle anderen auch wieder schnell fahren. Ich fand's viel besser, als ich der einzige war, der schnell fahren konnte und... Ne Reifenkralle? Abmachen! Abmachen! Mach sie ab! Nyaaah! Hey, Speederich! Brauchst du Hilfe? Oh, Blaze! Du musst mir das Ding abmachen! Bitte, 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 bitte! Okay! Aber du musst mir versprechen, dass du nie wieder versuchst, die anderen am Schnellfahren zu hindern! Nie wieder! Ja, ich versprechs! Ab sofort dürfen alle so schnell fahren, wie sie wollen! Und wann sie wollen! Freut mich zu hören, Speederich! Dann mach ich dir jetzt mal die Kralle ab! Du hast mich gerettet! Danke, Blaze! Freunde? Freunde? Jaha! Jaha! Hey, ich hab eine gute Idee! Jetzt, wo wir alle wieder schnell fahren können, wie wär's mit einem Rennen! Na klar! Jaha! 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 Oh, er hat schon fast den Gipfel erreicht. Kommt schon, Leute. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir sind doch Monster Trucks. Ganz recht. Und wir Monster Trucks geben niemals auf. Wir wollen einfach immer weiter. Auf ins Abenteuer. Das wird wunderbar. Wir haben das Zeug dazu. Das ist doch wohl klar. Auf zum Gipfel der Welt. Wir drücken auf die Trubel. Gipfel der Welt. Und geben jetzt Gas. Zum Klettern bereit. Jetzt wird es Zeit. Glaub mir, das macht riesen Spaß. Wir fahren gemeinsam. Am Gipfel der Welt. Und zeigen, wie es geht. Der Spaß beginnt. Du weißt, wer gewinnt. Der wie Siegerplan gewählt. Am Gipfel der Welt. Am Gipfel der Welt. Auf zum Gipfel der Welt. Ja. Ja. Da ist die Ziellinie. Da ganz oben. Wir haben es fast geschafft. Ja. Und wir haben Crusher gleich eingeholt. Gebt Gas. Wenn wir uns beeilen, können wir das Rennen noch gewinnen. Ja. Blaise und seine Freunde haben mich gleich eingeholt. Die gehen wohl niemals auf. Ich muss was unternehmen. Ich muss schummeln. Ich muss die Brücke zerstören. Blaise, pass auf! Das ist gemein. Das ist echt gemein. Jetzt holt ihr mich nicht mehr ein. Ich bin fast oben an der Ziellinie. Und ihr steckt ganz weit unten fest. Ich sag's nicht gerne, Jungs. Aber Crusher hat recht. Die einzige Chance, rüberzukommen, ist rüberzuspringen. Aber noch niemals zuvor ist ein Monster Truck so weit gesprungen. Sieht so aus, als würden wir den höchsten Punkt der Erde doch nicht erreichen. Augenblick mal, Leute. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir sind schließlich Monster Trucks. Und wir Monster Trucks geben niemals auf. Was schlägst du vor, Blaise? Naja, wir rollen einfach weiter. Und ich weiß auch schon, wie. Wenn wir den Turbo Speed einschalten, können wir alle nach drüben springen. Zusammen! Hey, ich glaub's nicht! Ja! Juhu! Helft alle mit! Ihr müsst mir den speedigsten Turbo Speed geben, den ich jemals drauf hatte. Er muss für mich und für alle meine Freunde reichen. Damit wir Turbo schnell werden, ruft! Gib Speed! Gib Speed! Juhu! Juhu! Ja, wir haben es geschafft! Wir haben das Rennen gewonnen! Ja! Juhu! Ja! Ja! Nehmann!